Der Föhn Du musst es nicht glauben. Aber du hast mal hier reingepasst. Ich hab dich hochgenommen und zu deiner Mutter gesagt, der Kreiner wird mal der beste Junge der Welt. Der Kreiner wird mal so gut, wie es überhaupt noch niemand war. Und du bist groß geworden, hast dich prima entwickelt. Es war toll, das mit anzusehen. Jeder Tag war ein besonderes Geschenk. Die Zeit verging und plötzlich warst du ein Mann. Du musstest dich der Welt stellen, das hast du getan. Aber irgendwo unterwegs hast du dich verändert. Du hast aufgehört, du selbst zu sein. Du lässt es zu, dass man mit dem Finger auf dich zeigt und dir sagt, dass du es nicht mehr so gut war. Dass du nichts taugst. Und wenn es hart auf hart kommt, willst du die Schuld dafür anderen geben. Einen großen Schatten. Ich werde dir jetzt was sagen, was du schon längst weiß. Die Welt besteht nicht nur aus Sonnenschein und Regen. Sie ist oft ein gemeiner und hässlicher Ort. Es ist mir egal, wie stark du bist. Sie wird dich in die Knie zwingen und dich zermalmen, wenn du es zulässt. Du und ich und auch sonst keiner kann so hart zuschlagen wie das Leben. Aber der Punkt ist nicht der, wie hart einer zuschlagen kann. Dann es zählt bloß, wie viele Schläge er einstecken kann. Und ob er trotzdem weitermacht. Wie viel man einstecken kann und trotzdem weitermacht. Du wirst auf, du wirst auf, du wirst auf, du wirst auf, du wirst auf. Wenn du weißt, was du wert bist, dann geh hin und hol es dir. Aber nur, wenn du bereit bist, die Schläge einzustecken. Aber zeig dich mit der Finger auf andere und sag, du bist nicht da, wohin wolltest. Wegen ihm oder wegen ihr oder sonst jemandem. Schwächlinge tun das und das bist du nicht. Du bist besser. Du wirst auf, du wirst auf, du wirst auf, du wirst auf.